ARD Text im Auftrag von Funk So, Servus, Leute! Folge 13 sind wir glaub ich TTT Nein, das ist definitiv nicht Candy Was ist das denn? Weiß ich nicht, ich hab uns an Random genommen Soll ich Candy nehmen? Wir können ja die jetzt erstmal spielen und danach nehmen wir mal so ein Candy Ding, die ein bisschen bunter ist Du meinst nicht die große Krabbe-Map Weil wenn du da mit der Traitor mit der Poltergeist dann reinschießt Das sind so viele scheiß kleine Gegenstände Du kannst doch nicht hier schon die Maps spoilern Ich fass es hier nicht Entschuldigung, ich kenn den? Die ein bisschen auf die CSGO Double Door Map Hat schon alle Waffen gefunden? Ja, warte, warte mal, warte mal Wie heißt die Candy? Nein Nein, ich hab, ich hab Das ist Doll, glaub ich Doll, Puppe Nee, Carpestone sieht anders aus Carpestone hat keine Double Doors Das ist die aber Was, Dumbledore? Habt ihr Dumbledore gefunden? Was? Wer ist Harry? Was? Du So, sind alle da überhaupt? So, ich bin noch am Laden hier Ja, ich mach am Laden Wie am Laden? Ja, ich hab die Maps nicht Warum nicht? Weiß ich doch nicht Hat mir keiner zugeschickt Weil du deine Dings nicht up-to-date haltest Deine Games Das ist CSS Map Ja, wann spiel ich schon mal CSS? Immer, hab ich gehört Ist aber keine, mit Born, Burn, irgendwas Doll Doll, also mit D Wie Puppe Doll A, B, C B da Doll Oh, ist die Map groß, ey Was willst du? Jetzt macht er die an, okay Okay Doll Ich dachte, du musst eh laden Ja Ja Bin laden Juhuuu Ich weiß nicht, warum das so lange dauert hier Eine Map runterladen Das weiß ich auch nicht E, Ken, Jordi ist geil Da brauchst du aber auch CSS für Ja, ich hab ja CSS Krass Das ist gut Kann man ja gar nicht hoch, was ist das denn? Hallo Ja Nein Hab ja trotzdem so ein paar Errors und so Ach du Heiliger Ja Ganz genau Bei mir ist einiges lila und Errors Obwohl ich CSS drauf hab Bei mir ist alles Also pink muss es Pink muss es sein, ne? Das weißt du Pink muss es sein, aber keine Errors Nee, keine Errors Ja, dann scheiß drauf Okay Jetzt fangen wir mal an hier oder was? Natürlich Alle warten auf dich Ich hab gewusst, die mit. Radale! So. Jetzt sind da schon... Was? Was? Was war das denn? Habt ihr jetzt wieder so ein Verdachtsding hier abgezogen? Achso. Oh du Penis. Hi. Oh du Penis. Kannst doch nicht Penis sagen. Ich wollte zu den Püppchen gehen, die haben mich da abgelenkt. Abgelenkt? Abgelenkt. 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 Ich dachte erst Bruno wärs gewesen. Aber ne. Ab. Wo komm ich denn das Bett hier hoch? Ja. War klar, dass ihr erst mal das Bett auscheckt. Ja. Natürlich. Tut mir leid. Es bat sich einfach so schön an. Wir waren zu alleine. Wer schießt denn hier schon wieder? Doch. Wer schießt denn hier schon wieder? Auf dem Wahnsinn. Was ist denn los mit euch heute? Alle so aggressiv hier. Es geht doch noch gar nicht los. Ach doch. Ich sowieso. Ich auch. Ich auch. So schön bunt hier. Was haben wir denn da? Oh. Okay. Die kommt. Die kommt. Hallo. Hi. Hallo Janti. Willst euch das Bild mal hier anschauen. Wer hat da das Zimmer angezündet? Stark rassistisch muss ich sagen. Welches Bild? Wo? Dieses hier bei mir. Ich bin hier in der Schublade drin. Ja toll. Alles klar. Hier drüben. Ihr könnt mich sehen. Ach da. Okay. Das ist rassistisch. Warum? Weil da steht ein Mädchen, das hat nicht viel an. Ein kleines Mädchen. Okay. Und es schaut ein sehr dunkelhäutiges Kind an. Was gerade mit dem anderen Mädchen da steht, was die Hosen unten hat. Wow. Moment. Tatsache. Das ist irgendwie... Hey, wer schießt da? Oh. Kann ich hier durch? Ich bin hier durch. Das ist wirklich irgendwie verstörend. Wie komme ich denn in die Schublade? Willkommen in der Schublade. Da. Da ist sie. Okay. Das ist... Was ist das? Ist das ein Buch? Ne, das ist eine Box. Das ist ja interessant. So, so. Mit wem? Wo kann ich mich hier beschweren? Ich bin hier schon. Ihr genießt alle so die Map. Ähm. Wo komme ich denn hier wieder runter? Äh. Im... Im... Im Keller steht übrigens das Spiel. Das ist eine Geisel in der Box. Ja. Haust du dir in der Box. Ist ja geil. Äh. Jotti, wieso bist du schon wieder... Wieso bist du schon wieder angehittet? Ja. Ich bin runtergefallen. Ich wusste das passiert auf dieser Map. Ich wusste es. Ich... 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 Ich weiß nicht. Ich was nicht, bevor... Was? Ah! Hallo? 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 Beruhigen wir uns? Ops! Das ist mir ehrlich. Richtig. Richtig. Ich bin ja gut an. Hallo, bist du? Ich bin tot. Hat sich der Traitor ja selbst gekillt, oder? Ja, ich bin aufs Puppen ausgefallen. Sorry. Lol. Ich dachte, Jotti war es. Okay. Ich hab... Ja, ich... Ich komm, so vor mir stellen, Ja, ich hab dann gedacht, okay, ich geb dir noch eine Chance, aber du hast ja nicht aufgehört zu schießen. Puff. Nein! Was? Was? Nein, ich fall schon wieder. Oh, gut, dass noch Preparing ist hier, ey. Ah, ich fall schon wieder. Na toll. Gerade hat es fünf abgezogen, jetzt sind wir eben 43. Was soll denn der Kack? Alles lila bei mir. Ach du Scheiße, es ist alles lila. Du bist lila. Lala, lala, lala. Geh mal rein. Stuhl ist kaputt. Ich glaube, ich musste ja mal neu starten. Hier ist alles lila und verschwommen. Das muss so. Ja, so schwarz-lila Punkte. Ja, das ist dein PC, das ist so. Ach so. Der ist einfach scheiße. Scheiße. Eben. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich 800 Euro für den 1080 ausfüllen würde. So ein Scheiß, ey. Ja. Das kenn ich. Das kenn ich gut. Au. Schwier gefallen, oder was? Nee, ich würde eigentlich nichts von jemanden. BAH! Digga, ich war hinter dir. Was ist denn los mit dir? Was habest du da für eine geile Waffe? Ein Sniper. Hallo? Willkommen bei den Standardwaffen. Wer war denn mit Straper? Ja, ich. Du kannst nicht snipen, hab ich das Gefühl. Ey, Moment. Nummer eins hab ich gut bekommen. Oh. Nur, weil ich gerade mit dem Typen beschäftige auf der Couch. Ja. Kann er ja nichts für, wenn du dabei bist, dir die Puppen klar zu machen. Und ich sehe nur, wie er auf Jötty schießt. Ja, okay. Ja, ich dachte schon, ja gut, gehst mal vorbei. Der dreht bestimmt gleich wieder um, aber nein. Immer auf mich. Oh, 10 AP verloren hier, scheiß. Get a car in the way. Innocent, innocent. Ja, ich auch. Das sagt jeder, das soll so zu jedem Runden bekennen. Innocent, innocent. Echt jetzt, Jotty? Echt? Meint'se? Das halte ich aber für pure Spekulation. Guck mal, kann ich jetzt fliegen. Putzen wir rein, ich möchte wissen, was wir tippen. Aua. Ja. Ich hab mal die AP, Alter. Du hinterlässt Blut. Ja, ich bin, ich hab den Ventilator angemacht. Jotty, bist du gerade im Traitor? Nein, ist sie nicht. Okay. Was macht die? Wer ist da schon wieder fast tot? Ja, ich, weil ich da den Ventilator angemacht hab. Sehr gut. Oh, da sind ja kleine, süße Ponys. Oh, kleine, süße Ponys. Oh, Ponys. My little pony. My little pony. Ah, da geht sie runter. Uh. Wow, wow, wow. Hä? Okay. Ich glaub, das war gerade ein Bruno, der gestorben ist. Bruno. Captain. Na, Alter, von den beiden ist es. Bruno, Captain, Captain Bruno. Wo bist du, mein Sonnenlicht? Ich suche deinen Leicher und vermisse dich. Ah! Shit, 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 wo bin ich? Jetzt will ich den Party! Alter, kann ich da nix schmieren, wo die Straße ist. Was ist denn? Du bist ja nicht zu dumm zu kacken oder was. Warum? Alter. Ja, ich geh immer davon aus, dass ihr von alleine in Richtung Tor köpft oder nicht. Was ist das? Das ist dieser Rainbow Launcher. Das war die Alplali-Bombe, oder? Ne. Oder? Drachenlord, keiner hat das. Ne, Drachenlord ist das nicht. Ne, ne. Ich bin bei irgendwas gestorben, was explodiert ist und die Drachenlord geklungen hat. Ne, Drachenlord ist was anderes. Das ist dieses andere Dingsbomb, die da. Die ist deutlich zu günstig, die müsste drei Credits kosten. Können wir mal ändern bei Bedarf. Au, shit, aua. Also ich glaube an den Credits müssen wir noch ein bisschen schrauben, das ist zu günstig. Können wir ja. Ich bin Traitor. Was? Ja, ich wollte jetzt nicht sagen, ich bin Illusent, ich wollte mal sagen, ich bin Traitor. Ja, ich auch. Nein, ich bin Illusent auf jeden Fall. Ich habe keine Kniffte. Ich hänge hier fest. Ich habe ein Problem. Hilfe. Ja, ich werde mich gleich töten, glaube ich. Irgendwer hat da geschrieben, wie ein Mädchen. Hilfe. Da unten liegt eine Leiche, die ist gerade vom Tisch runtergefallen. Was liegt denn da? Oh. Das Person war so Illusent. Hat sie sich gekillt? Oh mein Gott, was ist das denn? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja. Oh, hoppala. Sorry, Jotty. Was macht ihr denn da? Ja, die ist runtergefallen. Die ist, äh, gefallen. Au! Scheiß ernst? Nein, nein, nein. Ich habe gar keine Ahnung. Was ist zum, was zum... Was ist los mit dir? Echt? Warum? Ja. Was war das? Weiß ich nicht. Irgendwas explodiert. Eine Granate? Warum wirst du denn explodieren? Ich dachte, das wäre so ein Diskramulator-Ding. Was sollst du nicht denken? Ich probiere es. Meistens vermeide ich es, aber ab und zu kommt es durch. Oh nein! Wer ist denn da jetzt schon wieder tot? Okay. Lebt du mal... Bruno, lebst du noch? Äh! Bruno ist immer irgendwo oben, habe ich gemerkt. Toll. Bruno ist Traitor. Ich habe noch 16. Nein! Ich wünsche, dann zeig dich. Jetzt wüsste, wo du bist. Dann könnte ich das natürlich machen. Hey, Carrie. Schau dir einfach mal das Pumptenhaus an, was könnte es so sein. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, mit 16 HP komme ich sowieso nicht ganz so weit. Ah! Na! Fast! Naja! Naja! Das war übrigens der Melon Launcher. Ich hätte gedacht, der one-hitted dich, mein lieber Curry. Äh, ich habe schon fast gedacht, dass du gesagt hast, bist. Ja, echt? Echt? Natürlich! Für fast gibt es aber keine Punkte hier. Ja, war mir schon klar. Kennt er nix. Wie war das gestern? Nur Kugeln, die treffen, machen Schaden. Ja, Kugeln, die treffen, machen Bonusschaden. Alter! Die Mausenfalle zieht 95 ab, wenn man da draufsteht. Ja, geh nochmal schnell rein, damit du stirbst, bevor es losgeht. Wieso? Damit du wieder respawn wirst. Ich dachte, ich respawn sowieso mit 5. Äh, mit voller dann. Aber machen wir das dann so. Doch, mach das. Ja, meine ich nämlich auch. Aber gut. Ich habe mich jetzt safety first nochmal gekillt hier. Nicht, dass ich wieder Traitor bin. Sehr gut. Ich bleib heute beim Innocent. Konstanze. Bruno ist bei mir. Guckt mich so komisch an. Oh, oh, wer ist hier? Ich habe keine... Hier, ihr guckt euch beide so komisch an. Ihr guckt euch beide so komisch an. Geht mal weiter, genau. Geht mal weiter. Tötet euch mal. Alles gut. Alles gut. Aber ich bin raus. Ah! Jotty? Jotty? Vergessen mich zu entnüten. Ich bin in der Bläh. Au, 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 au. Jotty, zwei hinten. Ihr habt seltsame Dinge in der Hand. Ja, ich sehe es. Alter, wo, wo, wo? Ja, Jotty ist es. Jetzt ich schon verraten, die Kuh. Die Kuh. Oh, hallo. Die Kuh heißt mal Elsa oder so. Ah! Du hast echt keine Chance mehr. Kommen Sie mit der Hände nach raus. Genau. Dann machen wir es schnell. Denken Sie an Ihren Mann und Ihre fünf Adoptivkinder aus China und Afrika und so. Kommen Sie raus. Kommen Sie raus. Richtig. Au! Du hast doch nichts angemacht oder woher weißt du, was du herkommst du? Blöd, ich habe mir auch nur neue Waffe gekauft und mein Schott drin fast leer, wenn ich dem mitgerechnet habe, dass Bruder zuerst eine Hände gemacht hat. Man hat es gesehen. Die ganze Zeit am Traitor-Shop. Aber schön bunt, die Map. Schön. Oh, das war es schon? Das war es schon. Eben, ich gucke mal eben auf die Uhr, weil es sagt... Wir haben 15 Minuten, also eine Map können wir noch. Wie Vorschläge. Ja, eine andere. Suche eine aus. Wir hatten ja jetzt, Candy hatten wir, dann machst du irgendwas... Ah, ich renne schon wieder in die Mause, Falle! Suche einfach irgendeine aus. Genau. Übrigens, Candy, was du dann für deinen Server brauchst oder so, musst du dann heute rausziehen, weil morgen ist ja wieder auf, ne? Mache ich das. Okay. Die hatten wir aber schon. Die hatten wir schon. Hatten wir schon? Ja. Bitte? Ja. Ich wollte gerade sagen, die hatten wir auf jeden Fall. Da habe ich das erste Mal mit der Poltergeist-Waffel ein bisschen rumgefehlt. Achso, das... Achso, das... Mh, 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 mh. Penis? Penis? Ich glaube nicht, dass genau die was hat noch eine ähnliche, weil ich musste hier... Ich bin noch gar nicht drauf. Oh, hier ist geile Dingsbums. Oh, die ist cool, die ist cool. Ach, das seid ihr mit dem Hochhaus hier? Ja. Tatsächlich? Die habt ihr letztens bei Gon gesehen. Ja, eben. Ich habe... Ja, die habe ich ja aus Gorgens Paket runtergeladen. Achso. Juhu, wie cool ist das denn? Okay, ihr kennt euch aus, ich nicht. Oh, ich hängt ein. Ihr hängt... Die Türbanken übrigens ein bisschen, wir dürfen nicht zugleich da durch. Wo war denn jetzt der Raum mit den Waffen? Ich wusste das. Ich habe das mal... Da, da, ich weiß wo. Ha, fickt euch. Ich bin raus. Ich hole mir eine Waffe, ihr Trottel. Fick mich. Ich bin raus. Da musst du rein, genau. Doch, hier, 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 hier. Hier, bei mir. Wer blockt mich denn hier? Was soll das denn? Nicht mal das kannst du. Nicht mal das! Oh, hier ist ein kaputter Generator. Das ist bestimmt so ein Traitor-Ding. Was, ein Gay-Room? Ich will nicht in ein Gay-Room. Dann kommst du in ein Gay-Room. An den Traitor, äh, gibt's hier eigentlich irgendwelche Traitor-Fallen? Das hat man nämlich bei den Videos von Gronkh nicht gesehen. Nein, keine? Achso. Curry direkt. Nein. Curry's Traitor. Wart gut. Hallo, 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 hallo. Wer guckt mich da so komisch an? Das kann doch nur der Bruno sein. Irgendwo rechts ist Killing. Was? Irgendwo rechts ist Killing-Wäschwunden. Schüsse! Oh. Schüsse! Ah! Zitronen! Ah! Fliegende Penisse! Fliegende Penisse? Wo bin ich denn jetzt? Hallo. Was machst du da? Nein. Was? Nein. Was? Nein. Was willst du? Was? Es sind doch alle da, beruhigen sie sich. Nein, Jotti, jetzt nicht hier einfach schweigsam machen. Das würde ich hier ganz miese... Aha, ich wollte ganz sagen. Hier, hier, hier. Hier, hier. Die hab ich gefunden. Wie hast du die gefunden? Wo? Die lag da. He. Und jetzt schnell wegrennen. Ich hab Captain geschossen. Was? Ich? Nein, Quatsch. Warum bricht ein Hitz? Was ist das für ein Hitz? Au! Oh, die Fies. Ich... Ey. Das war jetzt natürlich absolut unprofessionell, aber ich musste sie einfach mal benutzen. Am Hochhaus, wo man hochkommt. Am Hochhaus, wo man hochkommt, Leute. Nicht, da wo es runter geht. Nein, fuck. Das ist am Waffenstoff. Oh nein, ich sterbe, ich sterbe. Grüß meine Mama. Beste Grüße an Killings Mutter. So, wie kann man hier jetzt... Achso. Oder auch nicht. Hallo? Hallo? Ihr dürft ruhig noch reden, ne? Ihr seid noch nicht tot. Passt schon, passt schon. Alles gut. Okay. Kann das sein, dass hier leicht Munitionsmangel herrscht? Na gut so. Findest du? Da musst du dir ein bisschen was einfallen lassen. Naja, da bin ich ja so unkreativ, Mensch. Das gibt's doch nicht. So, wo seid ihr denn? Bruno hockt garantiert wieder irgendwo auf dem Dach mit seiner Sniper. Würde ich jetzt spontan drauf wetten. Passt. Ja, ne? Wo kommen wir denn noch? Ich hab einen Aufgang... Wah! Einen Aufgang zum Dach hab ich gefunden, aber... Wo sind denn die anderen? Was ist da los? Wer war das? Das kann nur heißen, dass du viel schießt. Nein, das heißt nur, dass ich zu wenig Munition habe. Wenn du nicht schießt, hast du genug Munition. Ich schieße aber gern und viel. Das ist, äh... Ne Krankheit. Ne anerkannte Krankheit. Klingt komisch. Ist aber so. Ach, klingonisch? Klingonisch, ja. Klingonisch! Kapua! Jotti, halt mal doch nicht ein Knüppel ins Gesicht. Was ist denn da los? Mach die immer. Jotti! Knüppel ins Gesicht. Knüppel aus dem Sack ist out. Knüppel ins Gesicht. Ach hier, hier gibt's noch einen Aufgang. Guck mal, guck mal, guck mal. Da. Ne, oder auch nicht. Uh, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Uh, 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 uh. Ich mach's mir jetzt gemütlich. Nein, nein! Okay. Ich hatte noch einen HP. Und du hast es auf dir zu machen. Wir spielen jetzt weiter. Ferkel. Was, wer macht es sich? Ja, Bruno wird es sich gemütlich machen. Ach so, was? Ne. Hat er gesagt. Hat er nicht. Hat er. Nein, hat er mich. Ich hab dann einen Anruf bekommen, jetzt hab ich nicht rein können, er ist der Traitor. Aber du wusstest doch, dass der Captain Traitor ist, hab ich doch gesagt. Ich wollt grad sagen, gab's da irgendwo Zweifel? Captain Traitor? Captain Traitor? Captain Traitor! Ich hab, ey ohne Witz, ich glaub die Tische haben da irgendwas geblockt. Hast du überhaupt Damage bekommen? Nein. Ja, dann haben die Tische irgendwie Schaden abgehalten. Das war vorhin bei Killing genauso. Da war irgendwo ein Pfeiler in der Nähe und der hat auch so viel von dem Damage gefressen. Normalerweise hat das Ding mega Range. Ich hab keine Sachen aus dem zweiten Stock rausschmeißen gehen, das war lustig. Wir haben alles zugemüllt da unten. Was soll das denn nicht, wenn er durch? Aha. Haha! So, was sind wir denn hier? So. Wir schmeißen die Sachen aus dem Fenster. Hä? Das kann nur Jotti sein. Jotti hat's doch... Alter Falter! Das Ding wird mich fast erschlagen! Ich wollt grad sagen, Jotti hat's doch sogar angekündigt. Sachen aus dem Wetter schmeißen! Yay! Jotti ist es! Hey! Lol, und wie ihr da alle Sachen rausschmeißt. Leute, könnt ihr euch mal benehmen? Ich bin über euch übrigens. Ist das nicht witzig? Oh, interessant, weil nur der Traitor kommt ganz hoch. Hä? Das stimmt überhaupt nicht, du Labersack! Nein, du musst durch die Tür gecroucht gehen, dann kommst du da hoch. Idioten! Hä? Ich hätte vielleicht noch... Äh, hallo Carrie? Carrie ist übrigens bei mir. Ich will auch was aus dem Fenster werfen. Der Wind ist da oben sehr laut. Ich muss mal... Ich muss mal... Erro, 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 erro. Aber warum geht die Scheiße denn bei mir? Ich hab CSR und CSQ installiert, was soll denn die Kacke? Tja. Aber man braucht auch Team Fortress und Asch! Aber das, das, das hab ich doch... Ich wollt grad... Ich wollt grad... Das hab ich... Das hab ich doch auch nicht alles. Ich hab auch... Ja eben. Nur eins. Mann! Durch manche Türen kann man nur crouchen, um durchzugehen. Wo seid ihr denn jetzt? Ja, ich schmeiß Lachen auf den Fenster. Hä? Ich war grad in der Etage. Oh, die Straße sieht aus wie Sau. Hä? 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 Rechtsglück. Ja, mach ich doch. Nix kannst du. Das ist Player Jones? Oh, wir müssen ein Passwort drauf fahren. Ja. Alter! Jotti, 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 Jotti! Okay, ich hab's kapiert. Ich glaub, Jotti ist Traitor. Ja, Player Jones, kann dem einer kicken? Ich glaub... Hier, 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 ähm... Er ist schon raus. Achso, nice. Ich würd sagen... Ja, aber wenn er jetzt schon raus ist, ist ja alles cool. So, Jotti ist Traitor, wen haben wir da? Ist das Bruno? Man weiß es nicht. Das ist Bruno. Hallo Bruno, du musst ja durchcrouchen, ne? Wenn du hoch willst. Geht nicht. Geh mal weg. Ah, jetzt. Siehste? Geht ja wohl! Jotti ist unter uns. Und Jotti ist Traitor. Oh. Warte mal, vielleicht kann man ja von hier irgendwo... Wer weiß, wer weiß, wir gucken mal, wir gucken mal. Was ist das hier? Jotto! Ich denk mal, das ist irgendein Traitor-Ding. Kann das sein? Hä? Mani! Ah, nicht für mich. Tüdüdädig! Schübee, wow! Wo ist er denn? Der Jotto? Jotto! Ich will die ganze Zeit, wie bei Minecraft, crouchen drücken, damit ich hier nicht runterfalle. ganz dover reflex oder so hallo 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 aber wir sollten vielleicht ein bisschen verteilen nicht dass sie irgendwie die jihad bombe mal testen möchte oder so wer ist da denn wer ist da denn okay entwarnung du bist du ich nicht ich habe nur die m16 neben dem scharfschützengewehr was so so keine ahnung knopf jr die magst du züge warum hat das haus oben am dach auch noch mal fenster das ist für maximale beleuchtung da steht die echte einer ecke ich weiß es nicht hallo würden wir mal der mit schlägen bruno sie ist gegenüber in ihr haus natürlich einfach nicht treffe hier ich wollte dir nur ein wasser ausprobieren aber ich brauche ja auch ein ziel wo ich drauf knallen kann dann habe ich mir gedacht das ist alles irgendwie zu laut zum ausprobieren was darf ich gleich nicht knallen frohlein wow hier wird nicht die leute können wir später knallen wie wir das konzentriert euch tun wir doch echt äh 28 eine aufnahme machen wir noch und dann müssen wir einen break machen dann haben wir nämlich über eine halbe stunde the bust the bust so erstmal waffen holen hier da ist ein knopf warte 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 ich will auch den knopf sehen wo denn ach da hinten oder was ach so und dann passiert gar nichts cool cool das bedeutet jetzt weiß er keine traiter nice wieso was passiert denn wenn der traiter das macht was ist hä was ist was ist hä man kann die scheibe einschlagen das wirst du schon ne aha idioten aha ja mich auch danke fürs tür aufmachen sehr nett wo war denn jetzt wo sind denn noch ja das ist auch gut so ich möchte mit euch nichts zu tun haben leute gar nichts und Jotti spielt bestimmt wieder mit Büromöbeln ja Jotti ist wahrscheinlich wieder eine halbe stunde im traiter shop ist und dann merkt sie hat noch 30 sekunden hallo Jotti ist das Jotti hallo Captain hast du das Bruno hallo Bruno gab es hier nicht auch irgendwo einen Aufgang äh Hochgang Draufgang Fahrstuhl hab ich gerade gesehen deswegen schnell weg dunkle Gassen hier in der Stadt dunkle Gassen sind wir in Gotham City Gotham ja schon wieder Sachen aus dem Fenster fliegen wo denn hallo 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 wow da fällt schon wieder alles runter Ähm, ich bin bei einem Räumen hoch. Lol, hier scheint sich schon alles... Das war mein Schutz. Hast du jetzt alle Räume ausgeplö... Hast du jetzt... Aua! Aua! Hey! Ich werde von Möbeln beworfen. Das kann doch der Traitor. Das ist ne Traitor-Falle. Hey, hallo. Wow. Darum schmeiß ich immer alle Möbel aus dem Fenster. Dann kann ich nicht beworfen. Das ist clever. Das ist, das ist... Da kann man nichts zu sagen. Das ist echt clever. Der Bruno kann aber auch ganz schön dreckig lachen, wenn er will. Mwahahahaha! Nein, wer schießt sie auf mich? Oh, ne, geht nicht. Der Captain ist gegen Reward im Dach. Was? Die Arme lenken? Ich bin auch auf der Straße. Ja, jetzt bist du wieder auf der Straße, ja? Ja, ja. Ja, ja, ist klar. Hier, der, 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 der Curry isst. Der stellt wieder wilde Behauptungen auf. Ja, ich stehe mit dem MG auf dem Dach und schieße irgendwo Leute an. Ja, alle klar. Jetzt outet der sich auch noch ganz dreist. Ich fass das nicht. Welcher Idiot stellt sich mit einem MG aufs Dach? Ja, eben. Ja, eben. Manche Türen backen, dann musst du gebückt durch. Ja, wie gesagt, das meiste ist eh lila bei mir. Von daher eh keine Ahnung, wo ich hier hinrenne. Oh, was hab ich denn jetzt gemacht? Irre? Das geht nicht, das musst du raus. Was denn? Ich bin so schade, dass ich mir die Tische nicht rausschmeißen kann. Was willst du... Achso. Hallo, 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 hallo. Beruhigen Sie sich bitte, junge Dame. Junge Dame, beruhigen Sie sich! Jetzt ist Killing, Killing, ballert auf mich die ganze Zeit! Nein! Haha, die also... Wow, wow, wow. Jetzt kommt! Klapp! 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 boardingat! Klapp! 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 Was explodiert ihr alles? Verdammt! Okay, weiter im Text. Bruno! Du bist Traitor, hab ich gehört. Jotti hat hier nicht gut aufgeräumt. Hier liegt denn noch Leute? Zeugs rum. Aber zum anschleichen ist das vielleicht nicht so ganz optimal gerade? Nee, nicht ganz. Geht so. So. Ich sollte mir mal angewöhnen, das Radar zu kaufen. Wenn ich schon Treter bin. Die Pflanze will Suizid begehen. Hallo? Hallo, kannst du mich hören? Nee, da ist das. Nee? Wie war das? Ja, alles gut. Das wäre schon eine neue Runde. Nee, nee. Ich habe nur gesehen in die Tür. Das Problem ist halt einfach anschleichen mit der Dubstep-Gun ist echt schwierig. Muss echt schon die Waffe gewechselt haben. So, dann machen wir mal Aufnahme. Stoppe und direkt die nächste wieder. Bitte nicht töten, wir sind ja noch Preparing-Phase. Dann sage ich schon mal Tschüss und bis nächste Woche. Adieu.